Heute werde ich den 1. April Micro Snapshot spielen, in dem es eine Welt nur aus Kartoffeln gibt. Dies würde ich niemals alleine schaffen. Deswegen habe ich mir Donnells Unterstützung geholt und wir werden uns zusammen auf eine Reise in einer Welt voller Kartoffeln begeben. Werden wir es schaffen, das Game durchzuspielen? Oder werden wir am Ende einfach komplett failen? Viel Spaß mit dem Video. Alter, diese Skinner ist auch seit drei Jahren, ne? Wo hast du eigentlich die Workbenchchen getan? Ja, die habe ich in meinem Inventar. Du, weißt du, du redest wie dieser Hamster, ne? Das ist ehrlich krass. Du redest wie dieser Hamster. Kann ich die Bitti haben? Kann ich die Bitti drei Ständchen haben? Kann ich drei Ständchen haben, Bitti? Ich habe... Oh je, MC April Version nie gut. Ja, stimmt aber. Oh, hier ist Lautpost. Komm mal rüber hier. So, ich habe uns mal kurz in Bad Omen rangeholt. Bock, Murray zu zocken für Totems. Komm, wir müssen doch suchen. Oh mein Gott, wie sexy. Wir gehen einfach in den Sonnenuntergang rein. Ja, voll romantisch hier, ne? Das muss man diesmal abschlachten. Wow, das Arme. Das arme Schäflein. Nein, 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 nein. Schon, ja. Das ist Armi Schafi. Das ist Armi Schafi. Komm mal kurz von Creative kurz, sonst den Dorf kurz locaten. Hat keiner gehört. Ja, du wolltest Survival spielen. Ich habe gesagt, wir gehen Creative und gucken uns das nur an. So, komm, wir sind mit. Hat jetzt jemand, jeder hat einen Trident hier in dieser Version. Hol ihn dir. Schnapp ihn dir, Junge. Aua, unser Brot. Ach, Junge, der killt mich ja. Ich habe ihn. Ich kann keiner mehr killen. Ich habe dich gesaved, man. Hä? Bro, ist das, keine Ahnung, ein World Border hier? So einer auf Farlands? Hast du die auf Amplify gestellt? Nein. Aber, kann sein. Hey, du wirst du aber auch merken. Ja, okay, stimmt auch. Hä? Bro, wie gerade auch diese Wall ist, das macht gar keinen Sinn. Ein Lava. Oh, boah, wir könnten. Das ist so Speedrun-mäßig. Einfach jetzt so ein Dings. Hallo, wir wollen hier, wir wollen hier die Welt durchspielen. Du machst dann auch Speedrun? Was ist jetzt los? Ja, wenn wir damals auch mal viel speedrunnen haben. Boah, wie cool das aussieht, hä? Digga, er denkt, du bist Karibik. Oh, was ist, was ist jetzt los? Hast du gerade gesehen? Nee. Wie wir gerade an einem Baum so, einfach so entspannt abgeglitten sind. Ja. Aber ich habe so ein bisschen Stew. Wollen wir ihn essen? Ja, komm, ein paar Giftungen. Perfekt. Super. Ui. Komm mal her. Kannst du es mal zünden? Ah! Nein, nein, nein. Ich wollte nicht reinhauen. Soll ich mir ein Diaschwert machen? Oh mein Gott, ich habe ja Eisen. Warte mal. Ach, fuck. Ich habe, ich habe, oh mein Gott. Oh mein Gott, das darfst du nicht sehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das darfst du nicht sehen. Ich habe das Schild-Crafting-Dings einfach invertiert. Oh mein Gott, wie geht das? Ich habe es wieder falsch rum gemacht. Was machst du denn? Was für sechs Eisen und ein Holz? Geht es dir gut? Ah, fuck. Jawohl. Junge. Okay, den Punkt gebe ich dir von der Texture, wird sogar Sinn machen. Ich komme bei den ganzen Geräten über Kartoffeln. Dorf, Dorf, Dorf. Nein. Oh fuck, er hört es ein Raid sein. Oh nein. Nein. Bro. Was hast du gemacht? Ja, Totem zu holen. War gewollt. Wer bist du denn? Guck mal. Warte, ich kriege ihn aus. Was? Wo warst du die Tür oder was? Mann. Wer bist du? Leg drauf. Der cappt so krass. Sepp, hör auf zu cappen. Hallo. Was? Komm mal her. Wer ist denn er? Lass da rein. Digga, was ist das? Eisengolem. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ey, es ist ein Kartoffelcreeper. Bro, ich kann Kartoffeln anpflanzieren. Hä, was sind das für Blöcke? Graf Tarta? Bro, was ist das? Bro, ne Pfanne einfach. Das ist kein Minecraft mehr. Wann spielst du wieder Minecraft? Äh, Fortnite? Ja, keine Ahnung. Eben, machen wir wieder. Spielst du wieder Minecraft? Ja, ich hab ihn verlesen. Tut mir leid. Lese mal den Blog mal durch. Ist er französisch? Das ist ja irgendwie Pommes oder so. Nimm die mal in die Hand. Nimm die mal in die Hand, die Kartoffel hier. Die hier. Wie dann aussieht. Oh mein Gott, Digga. Wer bist denn du? Kann man denn aufsetzen? Nein. Oh mein Gott. Ich brauch's hier auch. Hä? Der redet mit mir. Das Ding redet mit dir? Oh nein. Die Stimmen. Mann, ich brauch auch so eine Maske. Gib mal in die Maske. Ach, du Kacke. Das nicht. Nein, weg damit. Mist, die Zeit, bis du das halt machst. Bro, was? Was möcht denn das Ding von mir? I'm feeling quite greasy up hier. Bro, ich fühl mich nicht wohl mit dem Ding, ne? Have you seen the animals? No. Alter, komm, geh mir jetzt ehrlich auf die Nerven. Was passiert, wenn ich hier runterfällt? Daran ist doch nichts. Ach, hier gibt's Dungeons irgendwo, ne? Oh mein Gott, wer ist denn eher Kartoffelpufferfisch? Wollen wir runter? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind giftig. Ich hab Toxic Resin. Bro, warte mal. Cloud Clarity Fisch. Also, wollen wir mal herausfinden, was hier unten ist? Oh, wir gehen jetzt Netherite farmen. Mini Kartoffelbob. Oh mein Gott. Der fuhr Netherite beaten. Einfach Netherite. Nein, ich hab's nicht bekommen. Ey, guck mal, ich hab hier oben so einen Toxic Resin bekommen. Digga, lass dir Kartoffelpufferfisch am Haus. Da fliegt der Kartoffelpufferfisch. Sieht das gar nicht aus. Das sieht genial aus. Lass wir ihn da oben. Ey, guck mal, hier ist Wasser. Hier kann vielleicht hochgehen, schau. Hier ist die, oh, die Kartoffelpuffelkuh. Toxic Resin, was ist das? Kann ich das essen? Nee. Kann ich dich damit abwerfen, dann bist du tot? Das ist so, das ist so ne Scheiße. Das ist so geil. Und überall Häuser. Was macht der Kartoffelpuffelkuh? Weiß ich nicht, ne Kartoffelpuffelkuh sein. Ich bin tot. Oh mein Gott, nein, nein. Ey, bitte, Bro, bitte, Bro. Oh mein Gott. Alter, Alter. Was? Was? Bist du auch tot? Nein, 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 nein. Du bist ins Lava gefallen. Okay, hör zu. Hör zu, hör zu, hör zu, okay. Ja. Aus dir sind gerade Milliarden heiße Kartoffeln gespawnt. Nein. Und ich bin gestorben, weil ich eine heiße Kartoffel von dir bekommen hab. Das ist nur heute, ne? Nee, das kann man immer spielen. Immer? Ja. Geil. Du kannst doch das alte Apple-Foods-Update noch spielen. Dann werden wir auf jeden Fall 100% darüber ein Video daraus machen. Also wenn die YouTube-Kommentare sagen, wir sollen das mal durchspielen, also als Challenge, dann machen wir das. Ja, alles klar. Hau rein, mein Bester. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.